Als Mondsichel Madonna, Strahlenkranz Madonna, Madonna im Strahlenkranz wird in der christlichen Ikonografie ein Marienbildnis bezeichnet, das durch die Perikope der apokalyptischen Frau in der Offenbarung des Johannes geprägt ist. Die Mutter Gottes steht auf der Mondsichel, meist hält sie das Jesuskind in ihren Armen. Ursprünge Das Bildnis der Mondsichel Madonna geht auf den Bericht der Vision des Johannes von einer kosmischen und von einem Drachen verfolgten schwangeren Frau. Zurück Die mit Sternen gekrönt und mit der Sonne bekleidet auf dem Mond steht und dem letzten apokalyptischen Gefecht zwischen dem Drachen und dem Erzengel Michael ausgesetzt wird. Darstellungen Die älteste bekannte bildliche Darstellung der Mondsichel Madonna findet sich im Hortus Deliciarum. In der Gotik wandeln sich die Züge der apokalyptischen Frau zunehmend ins Madon-Hafte wie die initiale A im Graduale von Sankt. Katharinental Die älteste bekannte Holzplastik ist die sogenannte Hirsch-Madonna. Im ausgehenden Mittelalter wurde dem Typus auch der Titel »Unsere liebe Frau« vom Siege beigelegt. Mondsichel-Madonnen wurden im 15. Jahrhundert meist als Einzelfiguren in Marienleuchtern sowie als Altarbestandteile ausgeführt. Zuweilen stellte man auch die Tonende Madonna mit dem Mondsymbol verbunden dar. Das Mondsichel-Motiv wurde so beliebt, dass man ältere Madonnen nachträglich mit Strahlenkranz und Mondsichel versah. Im 16. Jahrhundert kam zur Mondsichel die Schlange als Symbol des Bösen, deren Kopf von Maria zertreten wird. Der Typ der Mondsichel-Madonna wandelte sich im 17. Jahrhundert in den Typ der Maria Immaculate. Mondsichel-Madonna auf Altären Die Mondsichel-Madonna findet sich auf einer Reihe von Altären, besonders in Mecklenburg, aber auch in angrenzenden Teilen Brandenburgs. Etwa in der Dorfkirche Prötlin, auf dem Schnitzaltar in Röbel, der im 16. Jahrhundert angefertigt wurde und seinen Platz im rechten Seitenschiff von St. Marienpfand ist die gekrönte Mondsichel-Madonna mit dem Jesuskind von heiligen Figuren umgeben. St. Georg und Barbara, St. Katerina und Jakob, St. Just und Apollonia, St. Hedwig und Nikolaus Mondsichel-Madonna auf Siegel und Wappen Die Mondsichel-Madonna findet sich auch auf Wappen und Siegeln, so etwa im Wappen von Waldshuttingen.